so weiter geht's mit star wars so wo müssen wir weiter hier das ist glaube ich die letzte die letzte genau diese diese lagerhalle hier die war eben hatten am anfang perfekt so haben wir noch irgendwo was gerade auf unserer karte das hauptziel gut das haben wir noch nicht ganz aber bei weitem noch nicht da ist das schiff und wir müssen wo müssen wir denn überhaupt hin was ist das hauptziel gut drei prozent erkundet dass wir haben noch nicht alles weiter nicht dann gehen wir nämlich da jetzt mal hin kann ich mich irgendwie markieren ne kann ich nicht den buffeligen handlanger war auch zu 87 prozent erkundet also müssen wir uns da noch mal ein bisschen umgucken das gute ist wir haben jetzt die tür okay die haben wir ja die jungs wieder da stimmt ich das schätze wir haben zack weg so genau wir haben ja ist gut wir können ja wieder ein bisschen leveln mhm wo ist der hin oh nein oh okay ich dachte mir schon dann machen wir jetzt die jungs da oben noch schnell die zwei scouts da und tschüss so war da was zum scannen ja jetzt go to plug kommandeur okay das haben wir gerade gemerkt okay der war nicht ohne aber den haben wir gut weiter geht's okay so okay Okay. Hier weiter, oder was? Sehr wahrscheinlich. Okay. Da komme ich aber nicht rüber. Oder nicht hoch. Und hier runter ist wahrscheinlich auch zu gefährlich. Ist ja denn... Warte mal. Oder auch nicht. Scheiße. Da krieg ich mich... Da komme ich nicht hoch. Schade. Okay. Er gehört mir. Das ist der Jedi. Hör mal. Habt ihr was gesehen? Und auf das Ziel. So. War was? Jedi? Hier? Okay. Scheine mal noch ein paar von diesen Jungs unterwegs zu sein. Fall nicht zurück, BD1. Ja. So, die Frage ist, wie müssen wir jetzt lang? Weil eigentlich hätte ich mir gedacht, wir gucken uns das noch ein bisschen näher an. Hier. Okay. Okay. Okay, das war nicht der Fall. Wirf ihn her. Gut, das Timing. Jetzt sind wir da eben nicht lang gekommen von da oben. Wir sind davon da oben lang gekommen, ne? Okay. Dann schreib ich doch. Oder muss ich da jetzt überhaupt nicht lang? Jetzt glaube ich, ich da hoch muss. Oder BAU. Irgendwie. Schau mal nicht. Okay. Wir müssen da wieder runter. Ja. Aber wie zur Hölle. Oder hat das damit irgendwas zu tun? Dass wir da hochklettern müssen? Schauen wir mal nicht. Okay, dann ist das wahrscheinlich doch keine Option. Da kann man nicht rein. Das Ding leuchtet rot. Aber irgendwas hat das damit zu tun. Jetzt würde das doch übersetzen müssen. Die Frage ist, wie. Wie gesagt, das ist eigentlich nur eine Vermutung. Hier ist irgendwas zum Scannen. Oder? Nee, noch nicht. Aber hier. Hier sowas. Ein Echo. Okay, die Vertreibung. Das sind alles Lügen. Das Imperium wollte nur das Land. Kraussbefehl. Okay. Alle Zivilisten haben sich umgehend zur Umsiedlung einzufinden. Plünderer werden erschossen. Gemäß imperialem Kohl. Kein Verkauf oder Handel. Oder entsprechende Atesung. Und ausdrückliche Genehmigung. Klar. Dann haben wir aber fast alle, ne? Also in dem Fall, was heißt das? Nein, bei weitem nicht. Wir haben ja vier von zehn erst. Gott. Dann müssen wir noch ein bisschen was suchen. Also für jeden Fall sind wir sechs aus diesem Dorf. Ich kriege also nicht hin, okay. Also, aber der Themenzeug, das sollten wir noch ein Moment wieder rüber. Wir müssen irgendwie da hochkommen. Oder da rüberkommen. Lucy. Hm. Ich kriege auch nicht hin. Das war's für heute. Da kommt man nicht hoch. Warum auch immer der jetzt so weitergeht. Geplockt. Klar, aber wohin? Geplockt. 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 So, die Jungs haben wir schonmal. Den auch? Du bist auch nur so ein Scout-Hupper. Daher auch nicht wichtig. Gucken wir mal. Oh, er hat irgendwas gedeckt. Oder ein armer Scamp-Anschluss. Aber du gegen die Bockrate? Mutig. Gehen wir, BD1. Na dann gucken wir mal. Aber irgendwas muss man... Ja, da standen wir ja auf der anderen Seite. Also müssen wir tatsächlich, ist man hier richtig eigentlich? Aber... Hä? Schon klar. Die müssen es. Nein, 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 nein. Das war nicht der Plan an der Sache. Dann müssen wir das Feuer hoch. Gut, dann halten wir uns erstmal. Oder laden uns jemanden wieder ein bisschen auf. Gut. 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 Ja, Mann. Gut. Gut. Jetzt kein Fehler! Die Turbinenanlage, ok? Die Turbinenanlage, ok? Neues Lichtfahrtmaterial erhalten, ok. Schade, ich dachte, ich wäre mal was interessantes gewesen, das war äpfelig besser nutzen können. Ich habe einen Fähigkeitenpunkt erhalten, einen weiteren. Tagion. Tagion. Das wäre der Licht. Ok. Ach, für den. Ohlala! Hör mal! Hör mal! So, Fähigkeitenpunkt. Ich muss halt die Fähigkeitspunkte einsetzen gerade. Die kann ich halt nicht einsetzen, ne, oder? Scheiße, ne, kann ich nicht. Heute kriege ich die so hin. Anpassung. Fähigkeiten, doch kann ich wohl. Ich muss mit dem Lichtschwert ein bisschen. Ne, oder gibt's nicht? Vielleicht gehört ein Baum. Hier. Ich muss mit dem Lichtschwert ein bisschen abreden. Ich muss mit dem Lichtschwert ein bisschen abreden. Kann ich die nicht einsetzen? Okay, flieg kleiner Jedi, flieg. Hä? So, haben wir es. Was ist das, du denn, Feiner? Oh, das Viech hat mich gerade mal kurz eben auf die Hörner genommen. Na komm. Wieso bin ich... Ach Gott, ich bin beim letzten Punkt. Ja, super. Ich dachte, ich wäre schön weit durchgekommen. Gut, dann machen wir in der nächsten Folge weiter.